Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bedwars, der Bedwars-Woche. Gebt mal ein Like, wenn ihr euch auf Weihnachten freut. Profoniert und kommentiert, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Und Rot darf keine Alex-Skin haben. Ist auch ein Statement von Thomas-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik-Zik 3. Ich weiß jetzt nicht ganz, was er uns damit sagen will. Na, der andere spricht Monsters. Thomas-Kruziz-K-Zik-Zik-Zik-Zik 3. Team Rot, laszt alle weg. XD. Lol-Kind, geh aus der Runde. Ich glaube, du, wer mir den ausspricht. Schreibt mir in die Kommentare. Lollkind hat einen, Lollkind hat einen, Lollkind hat einen, Lollkind hat einen, ich werde diese ganze Situation jetzt klären, indem ich hier Lollkind 132 in Schutz nehme, und, ja, schon, ich habe hier aufgeklärt, Alexkin sind ja der Schlimme, hat ja, Thomas, skr, 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 skrk, skr, 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 skr. A chỉ will die Schele ojos anders als Rass, was? Ja, in der Klasse gibt es einen, der heißt Rasmus Ja. Ist der rassistisch? Bisher ich Fenstläom. A jed bomb donami me and we gesund. Ich war noch nie auf der Fenster. Ich spiele zuerst auf den Map. Ich glaube ich verteidige nur noch unser Bett. Das ist gut und kauft dir immer gutes Equip. Die Taktik. Oder ich baue es einfach aus einer Mischung aus einem Stein und Kisten. Um gute Beziehungen im Team zu schaffen. Wenn er mehr Eisen durchschafft... Durch Kisten kann man es auch abbauen, gell? Obens fahrend glaube ich Eisen. Ich bin mir nicht sicher. Da wo der Mini-Feuer war. Ich habe auch noch nie auf der Map gespielt. Ah, ich fahrend neben der Basiker, oder? Keine Ahnung, du hast gesagt du bist der erste Eisner. Da da. Warte, nehmen sie mal. Zwei Haube. Oh, hier war der Swan. Wo ist eigentlich das Bett? Oben, oder? Da ist es. Ah, bau es mal ein. Oh, das macht es echt. Dummer Spatz. Ich will so ein Bett nicht holen dir. Oh, Blocker-Mögliche. Was für Komplexe hast du eigentlich? Ihr fragt sich gerade wahrscheinlich was los ist. Kommen die ganzen Teile aus dem Block da oben raus? Ja, aus dem Bronsterblock. Wobei eigentlich nicht, aber es soll so ausschauen. Lol, Gelb ist wieder gut wahrscheinlich. Ne. Ah, Gelb ist ja auch da. Ich habe keinen Plan wo das Bett überhaupt ist. Gelb ist scheiße gut. Ich bin gerade am Weg zu Gelb. Schau mal wer da dran steckt. Scheiß, Mütter. Das ist so ein YouTuber, den der Mini nicht mag. Ich kenn den nicht, aber wegen dem Spielen alle ist er auch nicht gut im Bett. Ja, das mag der Mini nicht. Spielt eigentlich jemand... Scheiß Gelb am Nack holen. Schreib, wer ist jetzt gut? Wer ist halt jetzt echt gut? Deine Mutter am Bett. Loll, wer weißt du das? Alter, deine Mutter ist gut im Bett. Easy einen Kill schon in der Runde. Easy ein Bett. Easy Leute. Ja Mini, du bist jetzt halt im Druck, weil... Im Endeffekt. Du hast kein Wett, gell? Ein Gelber kommt zu uns. Ja, habe ich echt. Oh shit. Und zwei Kills. Aber einer kommt zu uns mitten auf die Base. Ah, René, du hast ein Kill, nice! Yeah. Nice. Der wird nämlich angerechnet, weil sein Bett schon weg ist. Ja, aber ich meine, der wird dir angerechnet. Ich weiß nicht, war der andere auch ein Gelber ohne Bett? Ich glaube nicht. Okay. Weil der jetzt wird dir angerechnet als Kill-Offizier. Wieso braucht er niemand eigentlich da? Unklar. Ja, da konnte ich nichts machen gerade. Ich war wie einfach, du hast recht richtig gut gespielt und dann... Oh shit, der hat Bogen. Wo ist das Bett? Das werden wir dir jetzt sagen. Ganz sicher. Das andere Team wird dir jetzt sagen, wo das Bett ist. Genau so sind die Leute. Es gilt einem meiner Klasse, der Farbenländis. Nice Mini. Ich lege vor, du legst nach. Nice. Habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Ah. Ich glaube, ich habe ihn. Ja. So gefällt mir das. Auch 3-Kills Mini. Uuuuuh. Wo bist du jetzt? Da meine Akkulen. Ich liebe es behinderte Sachen behinderte auszusprechen. Oh Mist, der in der Mitte ist ein Gelber. Und der hat ziemlich gutes Grip. Oh oh. Fuck, der Typ ist nicht gestorben. What the lol. Actual. Aber jetzt ist er tot. Oh ne, da ist noch ein anderer. Ne, oder? Egal. Ich glaube, ich habe vier Kills. Oh nice. Wie hast du denn umgebracht? War der in der Mitte? Ähm. Ne, der war in ihrer Base. Da bin ich hier auch gerade. Mit der ist irgendwie ein Gelber. Irgendwo hier muss noch einer sein. Irgendwo hier hat sich einer eingebaut, glaube ich. Hab ihn. Gefunden. Oh boah. Ne, gefunden nur. Wo ist er? Der ist er. Habe ich ihn? Wehe, du hast ihn. Ah, schau. Du. Der Mini wäre so wie das an Hurensohn. Der wartet, bis ich ihn fast tot habe. Und dann. Äh ja. Ein Bett für einen Filz ist eine mittlere Runde, Leute. Fast gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß auf Youtube noch. Ich bin sympathisch.